Mal gucken, was die Süßen machen. Die freuen sich bestimmt auf ihr Frühstück. Wer wartet denn da schon? Na kommt ihr Süßen. Immer an meiner Seite, mein Junge. Oh ja, da habe ich ordentlich zu tun, aber heute kann ich wieder draußen füttern. Ist das schön. Das sieht auch gut aus. Und? Genau. So. Erst mal das Breichen. Das noch ein bisschen. Die mache ich noch hier. Jetzt muss ich mich hier beeilen. Weil heute kann ich wieder draußen füttern. Oh, der Wasser einmal ist da hinten. Ich bin hier. Ich bin hier. Das war, das war die Füße gemacht. Okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.